Wir nutzen bei uns im Online-Shop seit mittlerweile dreieinhalb Monaten Acuranker und bemerken bei jedem internen Review aufs Neue, welche Möglichkeiten uns ein solches Tool verschafft in unserem Keyword- und Buzzword-Review-Prozess. Das sehen wir bei jedem Meeting aufs Neue. Endlich sind die Zeiten vorbei, in denen man schätzen musste, welche Tagwords, Taglines, Keywords gut bei potenziellen Kunden und Kundinnen ankommen, beziehungsweise welche bei selbigen genutzt wurden, um eben branchenspezifische Artikel zu finden. Das hat es einfach enorm erleichtert für uns. Und darüber sind wir wahnsinnig dankbar, dass wir Acuranker haben. Von uns eine ganz, ganz klare Empfehlung für mehr Überblick im Verkauf. Der Funktionsumfang von Acuranker ist alles, was wir uns wünschen könnten. Wir finden als Abteilung lediglich den Preis. Wenig hoch bemessen. Wir sind natürlich ein kleineres Unternehmen. Für größere ist da sicherlich kein Problem zu stemmen. Doch wir denken, dass eine günstigere, abgespeckte Einsteiger-Variante durchaus auch ausreichen würde für uns. Abgesehen davon alles top, vor allem den Dark-Modus gefällt mir wahnsinnig gut. Das gibt es den Augen dann einfach bei Nacht nicht mehr so viel Stress. Uns war es bis vor kurzem nicht möglich, Keywords akkurat und effektiv zu tracken. Mit Acuranker haben wir endlich klotzen können und einen sofortigen Mehrwert erlebt. So konnten wir signifikant höhere Suchergebnisse erzielen. Vor allem mit unseren Google Keywords, die wir nach Programmempfehlung angepasst haben und haben einen bemerkbaren Umsatzanstieg erlebt. Das ist wirklich für uns ein Tool mit echtem Mehrwert. Das ist wirklich für uns ein Tool.